Wo ist jetzt die Lammhütte? Wo ist jetzt die Lammhütte? Jetzt schicken wir sie gleich hin. Der kommt jetzt da hin. Da unten drin ist sie. Hinter dem Wald. Der fahrt da hin mit dem Bus. Ja? Zeig dir das doch. Da ist der Weg. Der Ziehweg fahrs hintere. Da hann er runter. Dann in den Wald rein. Und da drin ist dann die Hütte. Wunderschön. 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 Schau mal, das ist doch gut da. Und was machen wir denn der Hütte? Äh... Drei Dere. Wunderschön. Wasser drin, kürzer. Happy Ever. En rübelig kur. Happy Ever. Happy Ever. Schö. 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 Vielen Dank. 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 You know... ... 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